Aber wir haben, wir haben immer noch, Jungs, wir haben immer noch keine Bestrafung, ne? Das ist schon ein bisschen schade. Ja stimmt, wir brauchen eine Bestrafung. Wir brauchen was Geiles. Ey Jungs, das hänge ich bei euch? Verlierer, 5, so als an jeden. Ne Bruder, schau mal, warte mal, beim Suju Camp könnten wir vielleicht die Bestrafung haben. Boah, stark. Der Verlierer muss alleine im Wald schlafen. Ne. Ähm. Boah. Aber ist das zu übertrieben? Eisbad? Boah, Eisbad ist crazy, Bruder. Weil es schon kalt auch draußen, ne? Dann wird man direkt krank. Ähm. Ich würde sagen... Ein verbranntes Sujuk. Ein verbranntes Sujuk? Ein richtig so, das soll wie Chips sein einfach, soll knusprig sein. Oder nein, ich würde sagen, du kennst doch diese Stock, das ist ja wie Peitsche so. Jeder darf einmal aufrücken, aber es gab ein Beste Leben, mein Schatz. Kennst du diese... Ja, aufrücken. Juhata. Juhata. Ja, erinnert. Ja, ja. Und dann diese Schlagen mit Kabel. Ich sag, ein rohes Ei essen. Da, diese, da. Ja, erinnert. Ey, Jungs, häng ich bei euch? Warum hab ich das Gefühl, das Rohr hat das am besten beherrscht? Warte mal, warum? Ey, ihr B**** häng ich bei euch oder nicht? Nein. Nein. Ey. Also, ey, Jungs, seid ihr ready jetzt? Ja, aber warte, wir brauchen noch eine Bestrafung, Rohi. Ja, rohes Ei essen. Nein, Bruder, was für rohes Ei. Dann haben wir ein ganzes Sujuk-Camp mit Durchfall. Bruder, und Sammonellen und so, hör auf mit so Kacke, Alter. Ja, Bruder. So stremmig ist viel zu heftig, Alter. Lass, lass diese Ding machen, diese Stock, Bruder. Das zieht voll rein. Das kann man nicht auf Twitch machen, Bruder. Das kannst du nicht auf Twitch machen. Ach so. So stremmig, sollen wir aufmachen? Nein. Aber das geht ja, das hat ja nichts mit Ding zu tun. Ja, so stremmig, sag ich. Bruder, nichts, was mit Magen zu tun hat, weil sonst sind wir den ganzen Tag gefickt, Jungs. Wir sind im Sujuk-Camp, wir müssen ein ganzes Sujuk essen. Wie willst du da mit Bauchkrämpfe da im Camp ruhig sitzen? Schüttel-Smoothie macht auch keinen Sinn, Alter. Wir wollen es doch nicht, dass es eklig wird. Sujuk mit so strömig essen, zusammen. Bruder. Ich sag nichts essen, der macht... Alter, was labert der da, Jungs? Chillt mal. Wir machen Wachsstreifen. Ja, Haare pink. Wachsstreifen ist stark. Wir machen Wachsstreifen. Wachsstreifen ist stark. Wachsstreifen ist stark. Bruder, weißt du, wie das zieht? Doch, Wachsstreifen ist stark. Aber wohin? Augenbrauen. Oder Nacken oder so. Nacken. Oh, da. Ihhh. Wir machen irgendwas. Irgendwas Lustiges. Äh, diese ekligen Bonbons. Ja, das könnte eigentlich auch gehen. Diese Ding, was ihr doch habt von Kingcans. Oder Verlierer. Verlierer wird an einen Baum gebunden und alle dürfen eine Minute einschlagen auf einen. Okay, lass einfach machen. Verlierer wird im Sujuk-Camp in den Arsch gefickt. Ja, oder wir machen einfach... Verlierer wird abgeknallt einfach. Wir machen einfach Ding. Verlierer muss sterben. Er hat einfach Squid Game gemacht. Stell dir vor, wir haben Waffe und einer rennt weg. Du schießt in seinen Fuß rein. Okay, drei, zwei, eins. Ich mach den Wassermund. Hm? Mhm. um 69 is what so 38 69 is what Das war's für heute. Das war's für heute. Ey, wir müssen das aufschreiben, ne? Ey, das hat schon ein Ding, ne? Äh, aber Yusef, du kriegst auch ein Minus, weil du gelacht hast. Wieso? Selv, Junge, warum? Jeder, der lacht, verliert. Darf man danach nicht mehr lachen? Nein. Das ist ja das Schwierige. Was ist, wenn... Wenn jemand lacht, darfst du... Okay, okay. Aber wir dürfen das Wasser ausspucken, ne? Ja, aber nicht... Du musst so lange halten, bis er zum Beispiel pausiert und wir uns... Ja, bis du noch vorbei bist. Ja. Okay. Okay. Easy. Oh, ich kotze fast. Okay. Uff. Oh, ich kotze fast. Oh, ich kotze fast. Oh... 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 Oh! Ashley! Look at me! Ashley! Oh... 45 kg Samo, bierze większy Różnica ale... Ojojojojoj Powiem ci, że... Nikowi no mówię, 45 kg Samo, bierze większy Różnica ale... Ojojojoj Powiem ci, że... Nikowi no mówię, 45 kg Samo, bierze większy Hmm... W- Ojojoj Prost E- Junge? Bitte, geht nicht mal acht Minuten. Ja, mach, starte, starte lang. Okay, warte, ich mach kurz in den Mund Pause. Habt ihr alle? Warte. Mhm. 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 Mhm! Mhm! Was ist das? Hey my man, thank you to my man. Huste wenn du Hilfe brauchst, Gina braucht keine Hilfe. Hallo Daniel. Sorry, Entschuldigung, wie komme ich von hier zum Aufbahnhof? Ah, wir sind gar nicht mehr weit entfernt. Sie müssen nur noch diesen Weg hochlaufen, dann nach links. Und dann, was sind das? 500 Meter zu Fuß, geradeaus. Aber Sie sehen schon das Riesenbanusgebäude, wenn Sie sich hier gleich links abbiegen. Sie sind fast da. Super, perfekt. Danke sehr. Schönen Tag noch. Aber Bruder, ich bin hier. 15 Minuten, warte ich schon. Weißt du, was ich denn mit dir mache? Tach, 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 der hat weh! 3 Okay, man kann dich durchführen... Okay Wooah, oh my God! Wie lange habe ich? 18 Sekunden 18 Sekunden Ich schwör bei Ihnen... Ich muss doch los! Mach, mach mal... Höh!! Moment, Moment, Moment. War die scheiße! Mensch geht der auf! Es ist das Schnitzel in meinem Leben! Äh, mein Auge brinnt! Äh! Äh, mein Auge geht so! Oh, mein Auge! Oh, mein Auge! Hör mich zum Lachen zurück! Mein Bogen brinnt! Erstmal ein! Entschuldigung, Herr Schröder. Kinder, geht bitte nur unterwegs. Ja, wir wollten Sie nur kurz... Wir machen so ein kleines Video für die Facebook-Seite der Schule. Okay. Könnten Sie vielleicht kurz eine kleine Geschichte aus Ihrem Schulalltag erzählen? Ja, habe ich gerade erlebt, hier auf dem Schulhof. Ja. 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 all of this right here come on come on come on in the car in the car what the fuck is this put it all in the car man never give up no 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 i will give up no 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 this is so unfair i have only looked at the side of the car just flew all of his tastature and so that's not that's not because of this toast Bruder, das ist nicht dieser Toastbrot, wo man lacht, da stecken Erinnerungen, da stecken Sachen drinne. Ey, es ist schwer, Clips zu finden, wo wir lachen, ehrlich. Das muss man anders machen. Schau mal, wisst ihr, was geil ist? Kennt ihr diese Ding, witzige Cinema? Das heißt zum Beispiel, eigentlich geht das so, wir haben so einen witzigen Skript, wir haben, sag ich jetzt mal, fünf Minuten Zeit, um einen kleinen Kurz-Comedy-Show zu machen. Und danach ist Kino und wir müssen versuchen, euch zum Lachen zu bringen. Ja, aber wir können wir auch machen. Und ihr macht das halt jetzt so, dass du dich mit Maus absprichst, ihr müsst vielleicht irgendeinen kleinen Skript planen und mich und Yusuf dann schauen, wer als erster lacht. Aber erst mal müssen wir die Bestrafung rausholen. Wer als erstes vielleicht keinen lacht. Ja, genau. Wir gucken jetzt. Okay, okay, Heide. Schau mal Yusuf an, der trinkt es, als wäre das so ein Heiltrank von Game of Thrones. Meine Damen und Herren, willkommen zu den nationalen Witz-Games. Wer schummelt im Dschungel? Yusuf, du eyri, 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 Kopf, du Pyramidenschädel, du. Mogli, was sagt der große Stift zu dem kleinen? Wachs mal Stift. Ich hab Gänsehaut an meinen Arschloch bekommen, Rot. Du musst du lachen. Wie nennt man ein Mann mit Glatze? Wie nennt man ein Mann mit Glatze? Oh mein Gott, hier ist noch her. Ich hab's geschafft. Ich hab nicht gelacht, Bro. Ich hab nicht gelacht. Aber wie random, Lan. Junge, du als drittes. Stark, stark. Der war gut. Ich war doch voll unvorbereitet, sonst wär's noch schneller gekommen. Er ist Stor, Mann. Der war gut, der war gut. Der war echt gut. Eie, ne, Kopf, Alter, ist das kranker. Ey, den Ding, ein Aschenböscher an Kamera, mach wieder weg. Ey. Ey.